Der Nächste ist auch ein... Entschuldigen, bitte. Auch ein Youngster mit der Nummer 12, André Laus. So, wie vielleicht alle wissen, der hat bereits im Frühjahr 2006 sich das violette Trikot übergeschreift. Verdammt doch mal, das tut man da. Damals doch für den PSV, der heute zu Gast war. Jetzt ist er ein richtiger, ein echter Violetter. Hier ist bitte Nummer 13, Mario! Mario Filić! Mario Filić! Mario Filić! Mario Filić! Mario Filić! Der Nächste ist heute leider nicht anwesend. Er liegt vermutlich entweder in der Hochzeitstorte oder nach dem ersten Hochzeitswalter. Er wird uns auch nächstes Jahr verlassen, nicht mehr dabei sein, den als Sportdirektor nach Seekirchen. aber dennoch, Meter Nummer 14, top! Peliga! Alē Alē Alē! tracking! Präger, alle, alle! Präger, alle, alle! Und der nächste ist ein Spezialist für wichtige Tore. So zum Beispiel beim 1-0 gegen Buch oder beim 1-0 gegen den FC Hallein 04. Hier ist da bitte Nummer 15 Olli Sieh! Heute war er bereits bei der 1B, bei der U1. Er hat aber Einsätze auch in der Kampfmannschaft im Herbst gehabt, bevor er nach England gegangen ist. Hier ist Stefan Rabi! So, und der nächste ist auch fast von Anfang an dabei. Sein erster Einsatz, wenn ich mich recht erinnere, war damals gegen Michael Beuer. Er wird uns hoffentlich noch viel Freude weiterhin machen. Hier ist die Nummer 18. Hier ist Stefan Rabi! So, ich schreibe aber heute eine Sonnenbrillenverlosung von Restbeständen. Denn auch der nächste trägt eine. Aber er hat das wichtige Tor in Harlein zum 2 zu 1 geschossen, was dann die Vorlage gab für den fixierten Meistertitel am Abend. Er trägt heute noch kein Geweih, heißt aber trotzdem so. Hier ist die Nummer 19. Wer ist die Nummer 19. Wer ist die Nummer 15. Wer ist die Nummer 19. Also ich bedanke mich recht herzlich, dass ich ein Teil der Auslau-Familie sein darf und ich bin zwar in einer anderen Kurve gestanden, jetzt sind wir in der Westliga und ich will jetzt ein kräftiges Herrn. Ist unbegaben! Ist unbegaben! Ist unbegaben! Ist unbegaben! Ist unbegaben! So, und dann gehen wir weiter. Der macht uns auch schon lang freundlich, schießt wichtige Tore, ist der Techniker der Mitgliedschaftsmotor. Hier ist Mitte Nummer 21, Nico Neuer! Wir kommen gleich alle, alle, alle! Alle, 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 alle! Lippo, feier! Alle, alle, alle! Alle, 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 alle! Lippo, feier! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Lippo, feier! Alle, alle, alle! Dass wir uns, was die Zorposition betrifft, keine Sorgen machen müssen. Dafür sorgt Wiener, der letztes Jahr seinen 18. Geburtstag feiert hat, schon vergangenes Jahr schon mehr als einige Talentproben abgeliefert hat. Und auch heute verdienterweise dann im Torstand. Hier ist mit der Nummer 22 Stefan Huber! Stefan Huber! Stefan Huber! Stefan Huber! Nächste Mann, nächste vergangene Saison zu uns, hat unter anderem ein wichtiges Tor gegen Hallwang im Hinspiel bei 5 zu 2 geschossen. Hier ist die Nummer 23, Sacko! Jarvis! Sacko! 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 So, über den Nächsten muss man nicht mehr viel reden. Über den Nächsten ist eigentlich schon alles gesagt und jeder kennt ihn. Aber eines sei erwähnt, er verzichte heute extra auf seinen Einsatz. Um allen Leuten, die uns dann in der kommenden Saison verlassen werden, nicht mehr dabei sein werden, die Möglichkeit zu geben, heute hier letztes Mal noch für die Austria auflaufen zu können. Hier ist mit Nummer 24, hier ist Teli! Karlssteiner! Weg! Weg! Moving! Hallo? Na Jungs, eine kurze Anekdote. Na, ist mir jetzt ganz wichtig, dass ich das erzähle. 1997 war ich in 19 Jahren. Ich bin am Motorplatz gestanden als junger Bursch als Fußballer. Da waren viele von euch wahrscheinlich auch dabei bei der Meisterfeier. Und jetzt, 13 Jahre später, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe mit so einer geilen Mannschaft, mit den gleichen Fans, mit den geilen Fans, das Gleiche nur mehr erlebt. Hey, hey, hallo. Egal, Bundesliga, Landesliga, zweite Klasse. Ihr, auch innen, habt es das bewiesen. Es ist egal, was die Liga. Austria-Solzburg ist das, okay? Und für das sage ich einfach nur Dankeschön, mehr nicht. Dankeschön. Hier ist der Dormantrainer. Hier ist Toni. Toni Okeru. Toni Okeru. Toni Okeru. Toni Okeru. Bravo, Side-Up!